ich war kaum da ist von bahn dann fahren war ein bisschen rutschig oder nicht gut kann ich damit dann jetzt stärker einlenken weil ich rutsche in die kurve dann sprung bleibt gerade gut gegangen ich meine ich hätte ja auch so einstellen können dass ich zwar normal lenke aber nicht bremsen können weißt du ja ja das ist ja noch schlimmer ich habe mir das vergessen ach ich meinte nur dass ich hätte die kurve wahrscheinlich hätte vollgas fahren können wenn ich das nicht gemacht habe ich keine ahnung aber dieses regen ist nicht gerade reifenfreundlich ich bin schon bei 11 prozent frei wieso schaffst du denn bessere reifen weiss ich da ist er das war ein baum also zu eurer information ich hatte den fehler gemacht ich musste das rennen jetzt neu starten weil das falsch aktiv war mhm ja wie das falsch aktiv ja es war gerade rennen 3 aktiv bei mir oh ja gut es ist immer noch ägypten gewesen also ich habe irgendwie ja deswegen habe ich auch das erst nicht gemerkt aber irgendwie wir haben da was gequatscht von extrem rutschig und so und regen und regen und da habe ich gedacht im moment irgendwie ja gut für dich müsste es noch für dich dürfte es da noch nüt gewesen sein du hattest nacht werden tag und regen ja guten tag oder nach da habt ihr ja glaube ich nichts von gesagt aber aber wo ihr dann gesagt hat es regnet und es ist extrem rutschig und so da habe ich dann gedacht hä also nicht so ganz passt das nicht ich bin gleich bei schon 20 prozent alter 20 prozent reifen möchte ich mal sagen ja gut ich bin jetzt gleich 2 prozent oder so aber ich habe jetzt auch später angefangen und jetzt müssen wir jetzt echt auf dich warten dann gleich ja eine runde oder so geht die Welt jetzt nicht mehr unter glaube ich dann dauert denn eine runde ungefähr bei mir 1,22 ja gut das ist ja was mache ich denn hier gerade hallo es ist ja hallo jetzt kein Weg aus der Welt wenn ich da jetzt noch eine Minute länger fahre ja du bist ja auch relativ schnell in Leistung wäre ja gut wenn das jetzt eine 5 Minuten Runde wäre dann wäre damit auch nicht so viel geholfen glaube ich gut wo mit 200 hier runter geht das gut oh ja ok wenn eine Runde in 20 Kilometer ist dann ist es scheißegal ob dein Ehre ist hinten jetzt dauert es trotzdem lange ja gut ja die Kurve geht echt voll das laut brauche ich dem Auto nie zu aber er kann es ja 1,4 hatte ich jetzt mal gucken ob ich auch noch unter eine Minute kommen aber ich glaube eher nicht aber ich habe heute zumindest meine Handschuhe abgezogen da äh denn der Boxhandschuhe ja 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 zieh doch mal die Boxhandschuhe an Tomede ja damit den Vorspiel ausmachen kannst ja na klar bei High Stakes dich nie mal an bitte ja wir ist jetzt eine Runde wir ist jetzt eine Runde jetzt ist ja Tomete ah lass den Wind sturm du Tomete lass den Wind sturm bitte da wo er ist danke wie ist er auf dem Neptun oder wo bist du nimmst du die 1800 km h Winde vom Neptun mit oder was geht bei dir wohl aber ich kann jetzt natürlich auch grad schlecht was ändern oder mach die Seitenfenster von deinem Auto zu 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 das ist auch schon helfen hehehehe 1,3 scheiße ja gut jetzt habe ich den Bau mitgenommen jetzt wird es nicht mehr unter der Minute gehen 59,10 ich dachte ihr habt ne 58 jetzt mal AAH ich gucke auf die Geschwindigkeit bevor gegen den Stein wie doof ist das denn du da war ein Stein falls du es noch nicht wusstest ja ich habe ihn leider schmerzhaft zu spüren bekommen ja aber ich merke auf jeden Fall ich mache auch Fehler ich weiß die Strecke muss in unter einer Minute auch für mich theoretisch irgendwie machbar sein also ich schaffs nicht ich fahre aber auch irgendwie ganz komisch weil ich habe diesen sehr hohen Reifen verschleißt muss ich sagen also ich bin bei 52% möchte ich mal sagen ok ja gut ich bin jetzt bei 15% das geht eigentlich weil ich bin Realtalk sehr am rutschen das höre ich 21 habe ich jetzt aber ich weiß aber auch nicht wie ich Reifen schonender fahren soll ich fahre einfach nur ja ich glaube die Bremse die muss halt so ein bisschen abwiegen zwischen Bremse und Reifen ja gut und du hast natürlich auch mit dem Link gerade den Vorteil dass du da feiner die Kurven nehmen kannst und ja also mit dem Controller kannst du ja in Nice 2 dich auf das Niveau kommen was man da mit Lenkrad kriegen können ja nein du bleibst hier ich lass die Bäume zufrieden jetzt habe ich wieder eine 1.3 und 3 mit dem Baum mitgenommen also 1 also unter einer Minute gehst oh ich folge das Flucht von oder lande ich dann gegen das Schild es geht definitiv Oh, ich bin gegen das Schild und dann überschieben. Das hat mir jetzt 58. Also voll wie das Schild mit dem Unterboden, dann ein dreifacher Saltus gemacht. Das war sehr geil. Ja, gehen musst du. Also ich hab dir jetzt... Ja, in der falschen Geschwindigkeit wäre ich genau gegen das Schild gefogen und dann vorm Ziel wieder unten aufgelandet, wenn ich dann wieder reinfallen müsste. Aber ich bin so gut hochgefahren, dass ich mit dem Unterboden gegen das Schild gekommen bin. Ja, danke. Ich wollte es zwar versuchen, bessere Zeit hinzukriegen, aber ich musste ja an den Baum, der mich 90 Grad dreht. Ist ja in Ordnung, Spiele. Ich hab bisher verstanden, dass ich bei einer 1,14 bleiben soll. Okay. Wurde mir nicht gestattet. Und ins Ziel darf ich auch nicht springen. Boah, 42% dem Verholen ist. Der Sprung hat wohl wehgetan. Ich bin bei 33. Ich hab 78% Reifen, möchte ich mal sagen. Oh, fuck. Ja, ich hab keine Ahnung. Was soll ich denn machen? Mit 10 kmh umgekurven? Natürlich rutschig. Was soll ich denn machen? Ihr seid aber schon durch jetzt, oder? Ich bin jetzt... Ja, Stevie ist jetzt durchgerollt. Ja, gut, dann brauch ich noch ungefähr eine Minute. Also Reifen hatte ich 25%. Ja, aber was soll ich denn tun? Na, ich hab keine Ahnung, was du anders warst. Ich fahre, ich lenke ein und hab einen riesenreifenverschleiß. Ich denke, ich hab auch nicht. Oh Mann, jetzt hab ich nämlich wieder einen Baum mitgenommen. So, warten wir kurz auf Tomeide. Tomeide. Nicht eine Runde ohne Crash, außer die erste. Das ist doch beschissen. So, und hier werde ich erster. Wäre ich ein Wunder. Ja, 1-3 ist, äh, beste Runde. Und Gesamtzeit ist... 7,44. Na, 7,09, 64 ist meine Glammzeit. Bei Stevie steht minus eine Runde, von daher kann ich dir das leider nicht sagen, was Stevie hat. Minus eine Runde. Ja, gut, aber, ähm, sagen wir es mal so, dass Stevie weh die geilste Minute, ähm, ja, ja, gut, okay. Steuerung 2 nicht vergessen an alle, ne? Die Morgsküste, okay. Das ist ja mal eine geile Karriere, ja. Und müssen wir, soll ich jetzt einmal drücken, oder wollen wir einen Timer setzen? Achso, äh, bist du bereit, Tomeide? Äh, Moment. Jetzt bin ich bereit. 3, 2, 1, Eddie. Eddie? Eddie. Du bist ja auch so ein Eddie. Na ja, lass mal in Richard in Ruhe. Ich wäre gern so ein Eddie, also seine, äh, Timonic-Fähigkeiten und so, hallo? Oh Gott, rutsch, die rutsch. Der rutscht, Stevie. Der, ich bin jetzt schon mal zwei Prozent. Und so Wortgewandt, ey, so, so muss man erst mal sein. Auch das hier wird sehr reifenfressend werden. Ja, hier geht's aber, also, ich find's jetzt, äh, das ist Lyle. Äh, keine, okay, die Karriere rutscht gut, ne? Na ja, stabil fährt er, aber die Reifen quietschen sowieso. Ich bin bei, äh, sieben Prozent. Ja, ich bin jetzt erst bei zwei. Ich, ich bin zu dumm für das Game. Ich hab'n Zugkroh und Verschleiß. Ich, ich hab' keine Ahnung, was ich falsch mache. Ich, ich kann's relativ genau sagen, aber ich lass' es lieber bleiben. Dass ich, dass ich nicht fahren kann, brauchst du mir nicht sagen. Das mein' ich nicht. Das würde dich auch nicht so stören, wie das, was ich eigentlich sagen will. Ja, 1,15, da muss aber mehr gehen. Hast du in der ersten Runde gemacht, oder? Oh, mein Wasser schneidet sich, what the fuck. Was hattest du denn? 1,16,74. Ui. Ja. Da muss ich aber ein bisschen mehr Gas geben, jetzt hier, wa? Geht er gar nicht. Ja, wenn ich dich nicht vor dir habe, willst, dann ja. Wie, was ist für diese Zeit? Keine Ahnung, ich teaser halt auch nichts mehr an und sagt, beende sowas nicht. Gibt mir leid. Dann muss ich jetzt so ein bisschen auf die Reifen scheiß, ich will vor Tomére sein. Ach, weißt du, gleich kann ich das noch nicht gut. Du hast bestimmt Wildschatten geschnurrt mit deinen ganzen KI-Gegnern. Ja, natürlich. Ja, sieh's, das ist ja, ey. Ich wundere mich hier. Das Problem ist, jetzt sind die so weit hinten, das werde ich nicht noch mehr können. Wir müssen 16 Runden durchhalten. Das schaffe ich, das schaffe ich nicht. Deswegen sollte ich vielleicht meine Reifen nicht so treten. Ja, jetzt hatte ich keine KI da, jetzt war ich schon wieder bei einer 1,16. Ach, scheiße. Das ist doch schwierig, die Reifen zu schonen. Weil die Kurven so langgezogen sind und die Reifen sofort quietschen. Ich bin nur 27%. Boah, das ist ja richtig eklig hier. Äh, Demon, was hast du bei den Reifen? Äh, kann ich dir aktuell nicht sagen, weil ich hier gerade... Äh, 13. Ja, ich auch. Ich bin zu dumm, um die Reifen auszuhalten. Okay, ich sag's jetzt einfach, äh, das Eingabegerät kann manchmal Wunder wirken. Ja, aber auch mit Tessatur würde weniger gehen. Das glaube ich jetzt gar nicht, also... Na doch, doch. Da musst du irgendwie an deiner Fahrweise was mit dir geschlafen. Ich gebe Gas und Lenker. Also, ich hab keine Ahnung. Oh, das war ein 1,18, das war nicht gut, das war nicht gut. Wenn daran was... Wenn daran was was Falsches, Gas zu geben und zu lenken, dann mach ich immer was Falsches, Rennspiel. Das kommt ja drauf an, wie du diese Lenkung umsetzt, ne? Und ich geh halt immer noch davon aus, dass, äh... Ja, aber der Controller nicht gut ist. Ich soll jetzt hier wieder auf Lenkrad wechseln, weil das das Nonplusultra ist. Lass mich raten. So ungefähr, ja. Aber das Ding ist halt, das stimmt halt wirklich so. Es sei denn, man spielt Highstakes. Da ist, äh, Controller das beste Eingabegerät. Da... Das stimmt. Unrecht hat Schumete da jetzt natürlich nicht. Ich mein, du hast es natürlich vom... Wenn mir jetzt, äh, vom Klarkommen abliegt, dann ist natürlich, äh... Lenkrad ein Vorteil. Das stimmt schon. Das ist in jedem Spiel außer Highstakes so gefüllt. Jaja, sicher. Das heißt ja gut, und Moist Wanted, das kommt mit Lenkrädern überhaupt nicht klar, aber... Moist Wanted echt nicht, wieso nicht? Ich weiß gar nicht, ob Moist Wanted den Lenkrad Support besitzt. Moist Wanted hat irgendwo Lenkräder, den Lenkrad sofort, ja, aber... Habe ich das nicht mit Lenkrad gespielt? Oder weiß ich nicht. Habe ich doch bestimmten Lenkräder gespielt, das was damals mal gespielt hat, oder nicht? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das hatte, den U genutzt habe. Also, es kann natürlich sein, dass ich irgendwas in DX Tweak oder so, was weiß ich, nicht falsch gemacht habe, aber irgendwie... In Moist Wanted Dove habe ich nicht hinbekommen, dass das Lenkrad da so reagiert, wie ich das gerne hätte. Okay. Also das war irgendwie... Man schlägt das kurz an und der macht eine Vollbremsung da. Also der interpretiert das Lenkrad kurz angetatscht, da irgendwie wie Tastatur nach links oder rechtsseit gedrückt. Okay. Also es kann an meinem Lenkrad liegen, keine Ahnung. Ich hatte auch für Moist Wanted nicht die Motivation, mich da so intensiv mit zu beschäftigen, weil das sowieso weiter von den Pferden ist mein Lieblingslied, was mies zu sein, aber... Also, ich bin in der fünften Runde und bei 63 Prozent... Ich lenke auch noch nicht mal krass ein. Weil die Kurven musst du nicht mal krass einlenken. Also ich bin jetzt bei 90. Ja, ich bin zu dumm für dieses Game. Ich habe es ja verstanden. Aber ich nehme ein... Du bist jetzt unter 1,15 gekommen, oder? 1,11. 1,11. Oh. Heftig. Ich darf in der sechsten oder beziehungsweise in der siebten darf ich an die Tanke. Oh, fuck. Ich darf, wenn ich in die siebte komme, an die Tanke. Und ich gebe nur Gas. Ich bremse nicht. Ich gebe nicht vor Gas. Ich lenke harmlos ein. Ich mache keine abrupten Lenkungen rein oder whatever. Und ich rutsche. Ja, bei der Strecke, dass die Kurven nicht Vollgas fahren, auch wenn das auch Vollgas schaffen würde. Okay, ich habe Vollgas. Die Kurven Vollgas gebe ich nie. 4 und fucking 70 Prozent, Alter. Das in der sechsten Runde. Ich habe keinen... Oh, langsam vergeht mir echt die Lust an diesem Spiel. So dumm kann ich da nicht sein. 1,10,52. Ich könnte auch schneller gewonnen sein, aber ich will meine Reifen jetzt nicht quälen. Ja, ich glaube, das schaffe ich auch nicht doch, weil jetzt bin ich bei 25 Prozent Reifen. Ja, das tut dein Vorsprung mit deinen Reifen im negativen Sinne. Ach, nö. Ist das auch so eine Strecke oder was? Weil die Runde da wollte ich jetzt wirklich mal auf Teufel kommen. Ach, nö. Oder? Also, ich habe einen Reifenverschleiß in einer Runde jetzt quasi fast verdoppelt, aber... Oh, nee. Ich fahre nicht. Ich fahre nicht weiter. Ich stehe an der Tanke. Ja? Äh, hast du den Kanada fix nicht drauf, oder was? Ich fahre nicht, die haben wir doch schon seit Ewigkeiten. Ja, dann werde ich gleich irgendwann kaputte Reifen haben. Okay. Dann habe ich gleich irgendwann kaputte Reifen. Hast du das nicht dran? Bär jetzt da komisch. Wie sagst du denn, den Kanada fix nicht drauf? Die habe ich doch alle gefixt. Ich glaube, die schmecken schon seit Jahrzehnten. Ich habe von dir nur damals die Dateien bekommen. Mehr, mehr. I don't know, was da drin war und was nicht. Aber ich werde gleich, ich werde aber gleich irgendwann kaputte Reifen haben. Das ist, wird für mich gleich wieder ein richtig schönes Rennen werden. Von 1,10 auf 1,22. Ja, das habe ich jetzt davon, dass mir die Reifen in der einen Runde scheißegal waren. Ich werde in dieser Runde gleich irgendwann geplatzte Reifen haben. Boah, wirklich. Ja, wenn ich so weiterfahre, dann habe ich irgendwann 60%. Also, platzen werden sie nicht. Mir schon. Ich bin gleich bei 90. Bei 90? Ja, und die Tanke will ja bei mir nicht. Also, was soll ich denn tun? Was hast du mit deinem Reifen gemacht? Ich bin zu dumm für dieses Spiel. Das habe ich getan. noch 7% bis es Puff macht. Jetzt habe ich wieder eine 1,13. Also, es scheint irgendwie noch schon zu gehen. Ja. Also, irgendwie habe ich vorhin scheiße gebaut. Und das ist eine Standardstrecke, ne? Das ist keine Moldstrecke, oder? Brauche ich das? Ja. Das ist... Das ist 1. Also, es ist... Links, weiß. Also, so von der... Also, die Add-on-Strecke von dem Spiel. Also, offizielle Add-on-Strecke. Ja, wenn man zu dumm ist, auf einer Add-on-Strecke sowas hinzubekommen, wundert es mich nicht, dass so ein Unternehmen pleite gegangen ist. 3% noch. Also, ehrlich gesagt, kann ich mich nicht erinnern, dass wir die Stadt 2 nicht hatten. Jetzt sagen, sie sind doch schon endlich über alle gefahren. Und... Batz! Andererseits, dass die Tankstelle nicht funktioniert, das spricht natürlich auch dafür, dass es nicht original ist. Aber es ist halt eine Einsatzstrecke, definitiv. Doch, doch, die ist schon original. 1,10,32. Ich habe 1,1,8, habe ich 3,3, nicht so. Wie gesagt. Ja, gut. Unrecht hast du nicht, ich muss noch 6 Wunden durchhalten, ne? Ich habe halt irgendwann mal von dir diesen Ordner bekommen, als ich den PC neu aufgesetzt habe und allem und keine Ahnung. Aber, wie gesagt, ich bin an die Tanke gefahren, stand da, sowohl in der Säule als auch neben der Säule und es ist nichts runtergegangen. schlug dich nicht an. Ja, glaube ich, stehe ja. Wundert mich nur etwas. Ich kann da auch gerne nochmal rein, bei der Nummer gucken. Ah, bringt ja nichts. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Nö, ich stehe drin und es passiert nichts. Das ist natürlich die Frage, wie ihr das Rennen am sinnvollsten beendet. Die mir durchfällt, was sollen wir denn ändern? Könntest du nachfahren, dieses Rennen, aber wirst du wahrscheinlich nicht viel Lust haben. Nee, war ich zu dumm zum Fahren, wenn du sowieso uns großen Reifenverschleiß in diesem Drecksgame hab. Oder wir sagen halt einfach, wobei gut, ich weiß jetzt nicht, ob das während des Spiels an sich funktioniert, dass du jetzt einfach cheatest und dann den Schaden wieder runter machst. Keine Ahnung, und es noch cheaten in dem Game ist auch nicht, was ich weiß. Also ich sag's mal so, ich hab da jetzt ehrlich gesagt nicht so das Problem mit. Also ich weiß jetzt nicht, wie ein Demon das sieht, aber irgendwie muss es ja beenden. Oh, ich kann noch fahren. Muss es nicht. Das ist jetzt nicht so, als stehe ich jetzt nicht. Könnte ich gar nicht mich bewegen. Ja, aber wenn du jetzt 20 Minuten pro Runde brauchst, ist das natürlich auch durch das Gelbe frei. Nö, ich fahr so um die 90 bis 100. Ja, gut, das ginge irgendwie schon noch, aber... sind sonst jetzt Reifen geplatzt bei dir, oder was? Ja, klar. Bin ja auch bei 100% Reifen, was erwartest du? Ja, dann gib mal in deiner Tastatur was ein und bin ich magnetisch. Ähm, sag mal... Äh, Buggy Boy ein. Was? Buggy Boy. Buggy Boy. Wo hab ich jetzt? Und dann? Dann drückst du W. Was? W? W. W. W? W? Was? W? W. Wilhelm. Ja, tu es n dann, passiert nix. Ach doch. Hä? Dann fährst du weiter, das ist ja Heile Reifen und alles heile. Ist so, oder? Ja, ja. Wunder verwundert mich nur irgendwie. Okay. Was ein Sheet ist. Hm. Das ist ja auch nicht geil. Das ist auch nicht geil, einfach Angst zu Sheeten. ja natürlich nicht aber es muss doch irgendwie vorangehen kann jetzt auch nicht sein fünf runden land mit 200 euro mehr zurück das ist ja ich weiß gar nicht wie oft du mich schon umrundet hast aber wir sehen auch genau war einmal dann was ist das sagt meine rundenzahl um 13 ich bin erzählen und was ist doch ein paar mal jahre du bist dann seid jetzt mein gott okay du bist für der 14 obwohl ich die bessere runden zeit habe das reichen hatte ich das so 13 okay ja in der 13 bin ich an sich auch aber gerade ist reingekommen ist die rundzeit ist ja nicht alles ja die ersten paar minuten hatte ich hoffe dass ich das rennen vielleicht gewinnen könnte aber ja ich glaube in drei runden wurde ich dich nicht mehr rein jetzt brennt sich schon in den runden in den kurven prozentzahl ist trotzdem nicht weniger ich weiß weiß nicht was ich falsch mache ich bin jetzt schon wieder bei zwölf prozent nummer so wie langsam soll ich am besten rumfahren mit zehn kmh damit die nicht damit die nicht rutschen um die reifen gut zu schonen oder witz doch nicht wie ich dir das beibringen soll ich nehme mich einfach abstand von von meis 2 also muss auf jeden fall bremsen und man darfst auch nicht zu stark einlenken also das tue ich die das brauchst du bei den kurven nicht mal also ich denke gefühlt die meisten zeit maximal so 20 grad ein oder so was meinst du dass ich den stick komplett rüber hauen oder witz keine ahnung also wenn ich den controller hätte dann würde ich sowieso die ganze zeit komplett rüber hauen weil ich nicht so viel fein gefühl haben ja aber es kann ja sein dass du das hast du bist ja auch kontrolle als unser einer jetzt ja ja das will ich jetzt gar nicht ausschließt aber wie hat dennis gesagt er versteht bis heute nicht wie ich schaffe der 2.0 mit controller zu spielen ja das verstehe ich auch nicht ich verstehe aber ich bin kein maßstab ich verstehe bei jedem spiel was es auf dieser welt gibt nicht wie man damit spielen kann also von daher ist es ich bin da kein maßstab ja gut ich weiß auch nicht wie war das also ich meine ich krieg das rein von der motoriker ja auch nicht hin so ne ja ja eben ich hab das gleiche problem ja ja ich hab das gleiche problem also ich komme da gar nicht mehr klar aber jetzt habe ich auch 70% reifen muss man aufpassen auf meine reifen jetzt weil ich meine das ist ja auch irgendwie verlegen wir da auch die fingergelenke bei so ist okay warum naja dass du gleichzeitig den analog stick da bewegen musst und dann musst du dann doch auch irgendwelche anderen schaffen es kommt aber auch mal drauf an wie ihr natürlich den controller einstellt dass ich nicht an dass ich nicht mit der linken hand gas gebe und lenke ist ja wohl logisch bei mir ist die linke hand macht halt bremsung und das lenken und wenn ich mal schalten würde die hochschaltung und die rechte hand halten gas geben runter schalten und alles was auf diesen buttons ist ja das ist schon wieder den zeigefinger habe ich auf dem gas liegen und über den daumen steuer ich die buttons da wäre ich bei dem äh anderen gerät als dem lenkrad schon wieder komplett überfordert alles klar beim lenkrad ist es so äh nicht so unter rechts hoch aber das problem die mit hätte ist gas und bremse analog zu bedienen und dann gleichzeitig noch eine stick analog zu bedienen da drücke ich immer dann irgendwas voll statt analog ja das kommt aber auch zum großen teil darauf an wenn wir jetzt denke ich mal länger mit dem controller spielen dennis das sagst du zu mir ja auch mit lenkrad würdest du da halt auch dein fein gefühl reinkriegen und wenn man natürlich dann auch motivation hätte sich damit auseinandersetzen ja gut das kommt noch dazu ja gut das kommt noch dazu das thema hatten wir gestern schon äh 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 ich bin mit lenkrad relativ gut bedient also warum sollte ich mich äh mit so einem auseinandersetzen bei shooter ist das ja doch extremer da ähm da haben ja definitiv controllerspieler nachteile wenn es jetzt ein realismus abgeholt wäre dann wäre ja die motivation das zu lernen ja eine ganz andere aber also zum einen sie haben nachteil aber wirderweise hängt es hängt wenn du mit controller das spielst hängt eine kleine sache namens äh kleiner leichter aimbot mit drin einfach damit die zielung ein bisschen einfacher ist also du brauchst nicht genau hinziehen das läuft dann halt anders sonst würde das auf den konsolen ja nicht funktionieren weißt du ja das ist ja auch das problem mit crossplay und so also ich hatte irgendwann mal bei meinem bruder tatsächlich versucht äh äh weiß jetzt mit controller zu spielen ich hab auch nach der stunde nicht kapiert welche taste du für was drücken musst und so ne das kommt ja auch noch dazu ja gut dazu sei gesagt ich nutze controller ja nur wirklich für rennspiele und nix anderes weißt du soo wir sind durch du Autometer jaa 19,55,73 ob ich jetzt wann 19,43,76 ob ich jetzt wann oh mensch das war so knapp ja jetzt soo steuerung 3 und 1,11,21 ist meine Rundenzeit und stiwis ist 1,16,63 ja da war ich drüber äh Moment ich hatte ja ja gut Screenshot nicht ich hab's abfotografiert weil Screenshot nicht funktioniert aber ähm jetzt fahren wir Ferrari äh ne Mistral Ferrari ist übrigens witzig das Mistral ist aber das Ferrari Logo drauf ist ne ja weil es ein Custom Auto ist Guck mal jetzt fahren wir auf der Strecke die Tomete am Anfang kurz gefahren ist ja die kommt mir so bekannt vor oh klar verbohren müssen wir schon was gelassen oh das letzte Rennen ist auch so flach Nein was zum was los? hast du nen Unfall gebaut oder was? ja ich dachte einfach mal ich drehe mich komplett weg bei dem kleinen Hüpfer und war dann mal im außerhalb der Strecke. Das erinnert mich an gestern, wo du aus der Nacht gefallen bist. Ich habe es, zumindest glaubst du gar nicht, ich habe es gestern ernsthaft geschafft, aus der Strecke zu fallen. Gestern? Was war gestern nochmal? Oh, fuck. Gar nichts. Dennis und ich hatten was getestet währenddessen. War eine Schräg vor, weil ich war zu schnell rumgecaptet. Und, ja, er hatte mir halt per Discord zugeschaut. Und ich habe es geschafft, ich bin so umgekippt, ich war auf einmal out of bounds. Out of bounds, okay. Ich bin unterhalb der Strecke runtergefallen weiter. Heißt, David, du darfst mich nochmal beobachten hier. Ich habe ein paar Unfälle gebraucht. Du darfst dich beobachten, klingt aber danach, dass du trotzdem immer noch vorne bist. Ja, ist er. Aber er hat mich hackt, in der Nähe eingeholt. Du willst mich doch verarschen, oder? Ich bin die ganze Zeit vorsichtig, weil ich denke, es ist wieder mal fressend. Ich gucke unten 0%. Es ist schadenlos? Das Rennen ist schadenlos, ja. Aber habe ich jetzt aber auch gerade vergessen. Habe ich ja ein brutaler Niko gefahren genommen. Warum bin ich denn dann so scheiße vorsichtig gerade beim Fahren? Das frage ich mich auch. Ja, im Prinzip kann man die ganze Zeit Vollgas geben. Und er wird wieder beim Bremsen und es stört keinen. Scheiße. Ich glaube, dann wird das, na gut, in 15 Runden, dann kann ich ja Turmete wieder einen, weil ich gehe davon aus, dass Turmete vorne ist, bei den ganzen Unfällen, die ich hier gerissen habe. Ja, ich glaube, das holst du aber trotzdem ein. Das würde mich dann wenig. Ich habe drei Unfälle gerissen, das war nicht so sinnvoll. Dann vorsichtig gefallen, weil ich dachte, schaden das an. Also ich habe es dir wieder gleich getan. Ja gut, das war vorhin natürlich auch noch so ein Faktor, wo ich dann festgestellt habe, dass ich keinen Schaden nehme. Das war dann noch falsch. Falscher? Ja, es war ja schon falsch, dadurch, dass ihr gerutscht seid und ich nicht. Und was weiß ich nicht, was noch alles dazukommt. Aber dass ihr dann Schaden nehmt und ich nicht, das wäre dann das Verwirrendste. Ja gut. Aber hier muss auch unter einer Minute gehen. Also schätze ich zumindest. Oder bist du jetzt schon unter der Minute? Noch nicht, aber meine Schadenfreiheitsklasse war noch nicht so ganz gegeben. Na, diese scheiß Schrägkurven. Mann. Okay, weil es hält mich, hätte mich ein bisschen verwundet, wenn man tatsächlich Ach, hier war die Gravitation 160 bloß. Deswegen kippe ich immer um wahrscheinlich. Och, warum fahre ich denn auf einen Baum zu? Auf diese scheiß Schrägkurven aufpassen, ey, da kippen wir in die Karre, warum? Ach, Krise. Will ich jetzt Tomele gewinnen lassen, oder was? Ja. Also bis jetzt läuft die zweite Runde relativ gut. Ja, schön. Ich hupe und hänge mich hier fest. Oh, wirklich. Das ist so. Ah, 1, 2 schon wieder. Die hupe auch immer immer so ein Stelle. Also ich habe aber kurz eine Wand gestriften jetzt wieder. Also unter eine Minute geht definitiv. Habe ich eine Runde schon und fast zwei gefahren? Ich glaube nicht. Das ist unfallfrei. Ich weiß nicht, was ich hier für einen Scheiß gerade aufhauen. Da habe ich eigentlich schon die KI hier rumgefahren, die mir gewinnt hat. Und dann kriege ich trotzdem nicht die Zeit, die ich will. Ich mag nicht mit der KI fahren. Ja, ich an sich auch nicht, aber... Weil, äh, warum auch immer, meine KI hat immer Waffen. Das, äh, darfst kein Shootout-Auto auswählen. Alter, jedes Mal fahre ich gegen so eine dumme Dreckschalking- be-kacken soll. Äh, die ist immer noch kacke. Warte. Warte. Ich nenne dir eine, wenn ich mal keinen Unfall baue, okay? Okay. So unter die Minute bin ich auch immer noch nicht gekommen, sage ich jetzt bei so. Ne, mit Unfälle bin ich das natürlich auch nicht. So, 57. Okay, scheiße, jetzt da muss ich mich ranhalten. Ach, komm. BRISIS! Bei mein Rekord ist jetzt immer noch 1-2, ne, das... Ja, aber die ganzen Unfälle, naja, mal gucken. Jetzt muss ich mal gute Runden fahren. Oh, das gibt's doch nicht. 1-3. Ich glaub, am meisten macht mich dieser Tunnel am Anfang da zu schaffen. Die Gravitation ist aber auch echt nützlich, ne? Ich glaub, ich glaub, ich glaub nicht. Ja, gut, das ist auch so was, was mir häufig passiert. Ich überschätze die Gravitation und, äh, dann überstehe ich da sich doch irgendwie. Ja, ich glaub, es ist ein 160er Gravitation, deswegen ist das so schlimm. Äh, was war noch bei Standard? 180. Macht das so den Unterschied? Ja, weil 180 ist ja auch schon nicht viel. Ja, aber ich glaub nicht, dass die davon ausgehen, dass, äh, 981 normal ist. Nein, 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 ach! Das hätte jetzt nicht sein müssen, okay. Ja, nein, 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 nein. Oh, Mensch, ich muss doch irgendwie unter die Minute kommen, das gibt's doch nicht! Das ist aber auch ein geiles Lied gerade. Das ist fast hervorragend zu dem Rennen gerade. Ja, okay, da war ich jetzt gerade wieder Brainer, da habe ich die Bremse viel doller gedrückt, als es eigentlich nötig gewesen wäre und auch viel zu lange und gar nicht gereiht, dass ich mit dem Fuß noch auf der Bremse stehe, das hat bestimmt auch wieder zwei Sekunden gekostet. Nein, 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 ach man, wieso? Zu eng genommen und die Bäume berührt, ach come on, erschaffe ich endlich mal den Scheiß-Tunnel und nehme einen Baum im Nachhinein mit. Oh ja, gut, jetzt habe ich den Tunnel wieder verkackt. Same, ich sage, in Runde sieben kriege ich den Tunnel hin, denk mir geil, ich kriege eigentlich nur kurz Zeit hin, nee, Baum, Baum. Runde 8, direkt wieder den Tunnel verkackt. Und den Sprung, was? Alter, what the fuck, Sprung, du lenkst nur minimal ein und er zieht auf 90 Grad rum. What the fuck? Ja gut, Runde 8 ist die Katz. Ja gut, Runde 8 ist komplett von Müll. Ich habe jetzt zwei Resets unter mir. Ich diesmal aber tatsächlich auch, also... Ja gut, jetzt dritter Reset noch. Jetzt fress doch endlich! Ja gut, das war jetzt eine 1,17, das war natürlich, äh... Oha! Ja gut. Ja, ich musste dreimal Resetten. Ich mochte nichts draus. Ich habe eine, warte, ich kann es dir gleich sagen, wenn ich irgendwann das Ziel sehe. Eine 1,24! Ich sage ja, Runde 8 war für die Katz. Tunnel verkackt. Hupe, geh mir nicht auf den Sack! Yo, 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 yo! Wie geht dich hier nicht auf bei dem Sprung? Aber ich glaube, dadurch, was eben passiert ist, wird es jetzt tatsächlich so sein, äh... Sag schon. ...dass ich definitiv nicht mehr Erster sein kann. Ja, zumal ich mich jetzt auch... Äh, zumal ich jetzt die Unfälle auch jetzt beendet habe und jetzt vernünftig war. Ja, und jetzt habe ich wieder eine 1,5 hingelegt, also... Warum habe ich denn da hingelenkt? What the fuck, Alter! Will ich keine bessere Zeit mehr machen, ohne irgendwo gegenzufahren, oder was? Ja, toll, eine 1,9, weil ich irgendwo hingefahren bin. Was sind deine Restzeit, Stevie? Eine 1,6. Ich kriege, wird es auch besser, ich kriege, wenn man mal meinen Kopf wieder mal mitdenken würde und ich irgendwie sage, oh, guck mal hier, lenkt mal darüber. Ja, gut, ich mache aber auch gerade sehr viel Scheiße, wieso? Wobei, gut, wenn man Scheiße baut, dann hat man natürlich jetzt noch ein größeres Problem als früher, weil Yoda halt ja die Reset-Speed da eingestellt hat. Das war ja vorher egal, glaube ich, oder? Aber gut, ich will mich nicht beschweren, ihr habt das gleiche Problem, also... Es ist ja dadurch immer noch fair geblieben. Obgleich ich jetzt sage, wo es, äh... Ich sag doch, ich kriege eine bessere Zeit hin. Meine Fresse! Was hast du jetzt? Na, 1,3. Oh, dann bist du ja fast auf meinem Niveau. Nicht schon wieder denselben Fehler! Kann mir mal einer mal erklären, warum ich in Nice 2 eigentlich immer denselben Fehler mache? Warum ich mir sage bei Nice 2, oh, Junge, Sprung, erstmal einlenken, geil! Oh, Tomate, ich habe jetzt einen 56. Oh, ja, nee, also das Fremd ist wesentlich besser als ich für mich. Ich... Oh, Gott, da wollte ich jetzt nicht hin. Kommt ein bisschen sehr weit raus. Oh, fuck, Baum ist meiner. Da kommt die Gaste scheiße denn? What the fuck, schon wieder? Oh, Mann! Kopf ausgeschalten, meine Sterne, kurz. Ja, diesen Tunnel, den verpackt ich jedes Mal. Rechtzeitig bremsen, dann kriegst du die scharfe Kurve mit 100 Zähnen. Ja, jetzt frisst du doch endlich den Reset, Mann! Gedrückt halten, die Taste. Achso, das geht auch unter dem Treffer? Geht viel schneller dann. Nicht einfach so Druck, 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 sondern halt einfach gedrückt, bis du den Reset hast. Ist halt nur mal leider wirklich bei dem Spiel so. Geht viel schneller dann, ja. Würde ich dir sogar absolut anraten, das so zu tun. Ja, dann mach ich das ab jetzt so. Jetzt sehen, dass das wesentlich besser geht. Ja, wusste ich, dass das Reset Vollautomatik hat. Ein Reset mit Vollautomatik. Ich springe auf einen Baum zu. Ich springe auf einen Baum zu. Willst du mich verarschen, oder was? Wobei gut in... Mein Gott. Ries. Anstrengend, die letzten beiden Runden noch. In GZ Doom, da kannst du ja selbst das Feuer-Shotgun-Gedrückt halten im Prinzip. Und die Kurve im Tunnel wieder verkackt. Hine, das frisst du, ey. Das ist für eine langsame Runde hier. Gleich ist gerade. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt gestehen muss, ich weiß nicht mehr, ob das in Vanilla Doom auch so war. 1,09 Euro Drohnenzeugt, ey, wow. Geht mega gut. 15. Runde wenigstens noch vernünftig. Hine, das frisst du, ey. Komm schon. Was für ein Vanilla Doom? Dass man da via Shotgun gedrückt halten konnte. Wieso denn nicht? Ja gut, weiß ich jetzt nicht, ob das... Obwohl ja andererseits, warum hätten sie das in GZ Doom ändern sollen. Warum soll das kein... Warum soll das kein Rudgefire geben? Also kann ich jetzt... Das geht nicht in jedem Spiel. Vielleicht sollen das nicht spielen. Also ich meine, in Crysis ging es nicht. Doch, ich weiß nicht. Die letzten beiden Runden... Da reichen jetzt einfach nichts weiter zu. Ich glaube in Wolfenstein 2009 ging es... Glaube ich auch nicht. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Bei vielen moderneren Sachen geht es jedenfalls nicht. Lässt den beiden Runden. Fuck off. Ah ja. Ach, come on. Ja, ist okay. Ich überschlag mich auch. Warum ne bessere Rundenzeit versuchen? Überschlagen ist geiler. Natürlich. Bullshit. Und auf nen Baum zu fahren. Natürlich. Warum versuche ich eigentlich noch irgendwie schnell zu fahren? Ich frage mich tatsächlich, wie die das aufgenommen haben. Und auf nen Baum zugesprungen. Natürlich. Drecksteil hier, Alter. Komm hier, fang mir hier. Ich schaue mir den Baum jetzt länger an. Wollen wir die Zeit ja nicht mehr verbessern. Boah, ist das ein cooler Baum. Ja, würde ich nicht machen. Der ist zu verpixelt. Keine Ahnung. Ich dachte mal, dem Auto zeige ich mal, wie das ist. Na, dem ist schlecht geworden bei den ganzen Pixeln. Ich bin nämlich mit Absicht da jetzt kleben geblieben. Das ist ja klar, ne? Oh, ich habe es nicht ins Ziel geschafft. Ich bin dagegen gefahren. Upsa. Oh, ich habe nur 1,33 gemacht. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Oh, scheiß Dreck. Jetzt habe ich so eine scheiß, äh, Lehmhütte da mitgenommen, das hat mich bestimmt wieder 5 Sekunden gekostet. So, jetzt ist 4. dran, ne? Hmm. Naja, 4. dran. Müsste das 4. sein, ja. Naja, ist es. 25 Runden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Oh, schon. Bestimmt auch, wenn er schon reifenbelastend ist. Aber jetzt natürlich schnell ist. Snack, na, auf Hawaii. Natürlich. Ja, und mit 74er-Grip. Ja, ich habe... Was für Grippe 74? Bei Schnee. Es kann ja nur schief gehen, da werde ich doch sowieso wieder. Ich habe ja nicht sowieso schon einen Reifenverschleiß des Brotus, ne? Du musst Bescheid sagen, wenn du nicht durch bist. Bist du durch, Tomate? Äh, ne, noch nicht ganz. Okay. Aber ich glaube, wir haben auch nicht ganz synchron gestartet diesmal. Ist Divi auch schon durch, oder? Ja, ja. Nein, ich tue nur so, weißt du? Dann hoffe ich, dass der Puffer jetzt, dass der, äh, dem zu verschulden ist, dass wir nicht synchron gestartet sind. Weil das wäre scheiße. Wenn das so wäre, hättest Divi dann nicht gegen einen Baum fahren sollen mit Absicht. So, ich gucke gleich mal auf die Gesamtzeit. Ich bin ja auch gegen die Start-Ziel-Linie geklatscht, damit ich nicht sofort in die Start-Ziel bin. 1,53,38 ist meine Gesamtzeit. Wie viel? 1,53,38. Das Gesamtzeit? Äh, 16,53,38, sorry. Okay, ich habe 15,31,69. Und Stevie? Minus eine Runde. Ja, super. Kann ich dir daher nicht sagen. Eine Mamba fahren wir jetzt. Die Cobra wurde zu einer Mamba. Okay, alle bereit? Nein, Moment, aber warte. Ich war eigentlich was am Schreiben, aber ich habe gerade was. Und schon bin ich da auch bereit? Einen Moment. Ich muss nur noch kurz sicher gehen, dass er das wirklich gefressen hat mit den, äh, Steuerung 4. Und das hast du jetzt festgestellt. Ja. Drei, zwei, eins, Eddie. Oh, Nitro haben wir bei diesem Gang. Oh, oh. Oh, und bestimmt wieder Tschüss-Reifen um so'n Scheiß. Wie immer. Ja, guck, das wird unweiter nicht so sein. Alter. Irgendwie ist es bei Epinefrin echt schade, dass sie nur ein Album gemacht haben. Das ist eigentlich wirklich geil. Ja, stimmt. Und kein Schaden, oder? Ja. Bei mir bleibt es null. Alter, wie, wie rutscht der denn, dass es doch ist? Hä, wieso ist der Schaden noch null? Hä? Äh, kann es sei, dass gerade irgendwas falsch ist mit der, äh, Datei? Das darf aber nicht sein. Steht denn ein ESM Schaden an, äh, steht doch Schaden an, oder nicht? Ja. Kann ich nicht schauen, da hängt mein, äh, OBS vor. Hä? What the hell? Äh, das muss ich mir eben nachgucken. Ne, 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 ne. Warum ist der Schaden, hä? Nein. Bei dir war das auch... Moment, ich bin in der Zeile verrutscht, bei mir ist Schaden aus. Schaden ist nein. Ja, ich bin in der Zeile verrutscht, ich hab eben, äh, bei Nitro geguckt. Was sagt denn... Was sagt der Rentaktplan? Wollte ich gerade mal gucken. Der Rentaktplan sagt Schaden... Oh, Mann, äh, scheiße. Ich guck doch schon, chill doch mal. Schaden nein, wir wären richtig gewesen. What? Das ist ja... Das ändert alles. Okay. Ja, dann drück weiter, Funder. Das ändert alles. Was ist der Quater noch mehr? Das ändert ja alles. Oh. Was hast du denn da gemacht? Ich hab, ich hab, ich hab Burnout gehabt und Nitro gedrückt und das hat mein Reifen nicht gemacht. Aber wie soll man denn hier... Oh, Mann, das... Ich glaub, das ist kein Schaden, das bringt ja mich gar zu viel, weil, äh... Ja, ich glaub, dann fahr ich schon ein bisschen zu aggressiv, aber gut, ja. Aber das ändert ja gerade alles. Das rutscht mir ja... Also... Also, dieses 75 Grip oder was das ist und, äh, Schnee, das ist ja wahrscheinlich wie 20 Grip oder so. Ja, plus Dennis, äh, Einstellung, dass die Karre auch... Ja, wer weiß, wie beschissen ist, nicht mehr ist. Ne, Dennis? Ja, was heißt ja nicht plötzlich, dass du die Karre dann, ja, fast, äh, weiß ich, wie... Äh, ja, nur noch am Wegrutschen ist. Oh, komm schon. Oh, okay, Wallride ist auch keine gute Idee. Oh, das muss ich jetzt noch... Nein, 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 du kannst nicht mal gerade ausfahren, das gibt's nicht. Also, ich komm grad überhaupt nicht klar. Eigentlich hätte Dennis an der Karre gar nichts verändern müssen, weil durch das niedrige, die niedrigen Grip, wir sowieso schon eingeschränkt sind. Ja, du, äh... Ich glaub, äh, der Schnee, der macht das, äh... Ja, das ist doch mal ein sehr heftiger Unterschied. Ja, der Schnee macht den größten Unterschied. Ja, da gibt's halt nicht Schnee. Also, ich hab's jetzt natürlich nicht ohne Schnee ausprobiert, kann ich ja so auch nicht, aber, ähm... Ja, ne, stimmt, ist ausgegraut, das sind nur Sachen, die du nicht verstellen kannst, stimmt. Gut, ich kann natürlich gucken, ob ich noch ne CT-Datei hab, äh, und die da genauso einstehen, aber... Ja, oder man hat die Kenntnisse, wie man das, äh, anlocken kann. Ja, lass mich raten, das, äh... Oh, ich hab's... Ja, echt null klar, das ist... Komm, hier keine 10 Meter weit, ohne gegen irgendwas gegenzufahren, das gibt's nicht. Ja, Gott sei Dank bin ich zumindest doch erster gegenüber der KI, das, äh... Oh, Gott, hinter drei Kanten wollte ich jetzt nicht sagen. Wir brauchen die Schneeschieber aus NFS 4, dass hier hier ein bisschen die Straße ein bisschen weniger glatt machen wird. Ja. Na, die Schneeschieber von NFS 4 sorgen aber dafür, dass die Autos untersteigen, der die APS V, ne? Ich weiß nicht, ob du diese Schneeschieber wirst. Ja. Machen das auch nicht richtig, diese Schneeschieber. Ja, die kommen aber immer da, wenn der Schnee, äh, nicht mehr da ist, äh, so... Die können gut Schneeschieber. Ja, gut. Ah, fuck. Boah, kein Schaden, das ist ja ein Träumchen, dann hat man ja... Gar keine Sorge mit den Reifen, naja, das ist, äh... Ein Träumchen, das ist ja so ohne Schaden, was. Keine Bremsprobleme, keine Reifenprobleme, herrlich. Ja, aber dann auch noch mit Nitro, ne? Ja, das ist genial. Oh, Mann, die ist nicht so schnell. Achso, hattet ihr jetzt eigentlich doch mal nachgedacht, ob wir jetzt noch mehr Spiele mit reinnehmen wollen? Da muss noch ein bisschen mehr geplant werden. Bringt nix, wenn wir so schauen, kaum. Wir haben oftmals jetzt so Phasen wie diese hier. Und in der Woche tut mir leid, aber ich bin in der Woche an, das verplant ist, wenn ihr auf den Mittwoch kommt, bin ich raus. Ja, Mittwoch muss ja auch nicht sein, wir können auch, na gut, das heißt, in den Donnerstags bin ich häufig weg. Ja siehste, und schon ist das Thema durch. Bis Dienstag wäre auch in Ordnung, glaube ich. Ja gut, und solange ich, äh, noch, ah, aber jetzt muss man, können wir eigentlich auch sonntags zwei machen, also das wäre mir dann auch egal. Du! Ja! Ich nicht! Musik Mein Wecker klingelt um, äh, um zehn vor, Alter. Um zehn vor sieben wollte ich言. Ach so'muszimu ist jetzt doch wieder, äh, muss jetzt doch wieder morgens raus oder? Ja ja. Seit Mittwoch. Ist das jetzt dort mal ein Jahr oder ist das, achso, ne Moment, äh, bin ich nicht, ach. Wenn, äh, ich bin jetzt ja aufnimmt. ist es irgendwas anderes jetzt das erst mal so um die acht wochen geht ich sage jetzt ich war gerade so ein bisschen weiterer frei ich wusste jetzt nicht ob ich da auf ist und selbst wenn ich weiß nicht ob du diese magie kennst namens schneiden ja gut da müsstest du das aber auch sagen als würde der irgendwas an seinen videos schneiden ja gut ich habe jetzt ja auch gesagt dass ich jetzt keine arbeit mehr habe und da ist in euren videos aber es gibt halt leute denen das nicht so egal ist wie mir ja du trifft ist durch diese kurven ich wollte hier gerade hauptsächlich das fährt sich aber auch aber bitte auf der strecke bleiben aber ihr seid schon in der sechsten oder siebten runde oder so fünfte ich muss hier jetzt sechste sein weil er mich überrundet hat und was ist eure rundenzeit 1,24 1,50 ok ich bin genauer dazwischen ich bin ja auch nur am driften und an wendeknallen ja ich auch aber es ist mir scheißegal weil ich an dem das sowieso ein schaden und erster werde ich sowieso nicht mehr und äh ja BAMS 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 DMA Ok Nein doch ich muss mich doch besetten Ok spiel ich hab zustanden Dachte vielleicht äh dann bist du so nett aber dass du mich drehst und trotzdem Richtung Baum nochmal drehst hm kein feiner schatz zu Gottseidank weiß ich mittlerweile, dass mein Martinsort auf T ist. Ich wundere mich die ganze Zeit immer, woher das kommt. Von mir ist die Datei ja gestummt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Bei Lord war das damals notwendig. Wobei, was natürlich auch lustig wäre, wenn man die Martinsort Datei mit... Och Mann, können wir jetzt mal bitte zum nächsten Wand und wieder ein Dreher und wieder? Können wir mal bitte normal jetzt fahren, du Dreckskarre? Man könnte ja die Martinsort Datei setzen durch die Datei von hier, hast du den falschen Reifen oder fährst du so scheiße? Dann würde er die Hupe mehr so machen. Ja, Hupe wäre auch lustig, aber... Du weißt doch, er liebt Eddy, er will Eddy immer hören. Ja, das weiß ich ja, wenn er das macht, die Zorn hast dann sagt er... Hast du dir Eddy schon als Weckton gemacht? Das ist doch richtig geil, die Idee! Und Eddy als TS-Sound beim Connecten und... Ja, den gibt's leider bei Team-Speak nicht, aber ich hab Duke Nukem im Team-Speak. Das ist auch geil! Ja... Aber den englischen, oder? Nicht diesen komischen deutschen aus Duke Nukem Forever. Den kenn ich nicht, aber nein, das ist der englische. Ja, der von Duke Nukem Forever, das ist der gleiche Synchronsprecher wie von Bruce Wilds und hier von Praktika... Äh... Ja, 20% auf alles außer Tiernahrung und was weiß ich nicht. Okay. Ja... Irgendwann gab's auch mal so ein Video, äh... Von Duke Nukem Forever mit der deutschen Synchro halt... Ja, weil die ganze Weins... Nein! Och Mann! Wir hatten die ganze Weinsprüche dringelassen, die er hat, und haben halt dann auch immer dazwischendrin so... Yippie-ka-yay-schweine-backen und jetzt 20% auf alles und sowas immer so dazwischen geschoben. Das war eigentlich auch ganz geil, das gibt's leider nicht mehr. Hm. Gott, Gott, Warte. Ne, aber die Rupe, die geht ja nur, wenn man sie tatsächlich drückt, aber... Mann! Ich hab keinen Bock mehr, ich resetse mich nur noch! Ich hab eine 2-10er-Zeit damit getriggert! Aber als Martins-Worn wär doch lustig. Wenn das wirklich die ganze Zeit dann so geht. Scheiße, aber auf Eddie, wirklich! Scheiße auf Eddie! Ja, scheiße auf Eddie! Ja, aber jetzt weg tun, das ist ne gute Idee, ich glaub das mach ich mir sogar. Ja. Wobei das Problem ist, wenn man das hört, dann ist man nicht so sehr gezwungen aufzustehen. Wenn man nur irgendeinen Nervington hat, dann will man den ja auch eher mal loswerden. Hm. Du, ich hab Musik beim Aufwachen. Ah, das ist auch die Idee. Aber die Musik stört halt nicht so sehr. Bezündet man davon wach. Richtig. Also wenn du ein Nerf, Nerf, Nerf! Das ist auch nichts. Ja, okay. Ich mag den nicht, aber der nervt halt so sehr, dass du dann halt aufstehst. Eigentlich müsstest du dir ja, wenn du wirklich aufstehen willst, dir so ein Barcode auf den Frühstückstisch machen und dann hast du die falsche Treife und dann fährst du das Scheiße ins Ding und es geht erst auf, wenn du den Barcode kennst. Oh Gott. Du, das, 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 das Ding würde nicht lange bei mir überleben. Und dann ist die Kamera kaputt. Fuck, fuck, fuck. Ah, fick dich doch. Mann, ja, Hupe funktioniert so. Du musst echt aufhören, immer auf diese Stelle zu beinden, Alter. Jedes Mal. Ich lerne aber auch nicht aus diesem Fehler. Leute, vielleicht mal lernen, das Reset auf Stankrad zu beinden. Statt auf die Tastatur meinst du? Nee, nee, auf Stank, fragt man nicht schon. Weil es hier gerade auf der Tastatur ist. Ja, damit sag ich ja, statt auf die Tastatur. Ah, ja, okay, ja. So wird ein Schuh draus. Und gerade weil ich Reset auf R habe, neben der Tastatur-Taste. Fuck, ja. Ach komm, ey. Was mache ich denn hier in der 10 Runde? Nur Bullshit. 1.35, neuer Rekord. Ja, ich habe ja noch keinen Reset in der 8 Runde, genau. Es ist immer schön, wenn du auf Stellen zutrifftest, weil die Karre das nicht anders kann. Weil die muss ja so scheiße fahren. Ach, dann bist du okay. Nein, ich tun nur so. Ich bin in der 10. Ich wollte dich und pack den Eis. Oh, ey, ich... Aber Moment, das bedeutet, dass ich jetzt letzter fertig werde, weil die wird es wahrscheinlich schon in der 13. oder so. 10. Bitte? 10. Aber du hast ja eher angefangen, weil wir erst dachten, der Schaden war... Ja, genau. Bleib, danke, weg, danke. Hi, Dennis. Hi. Ja, und Stevie muss ja ein paar Runden weniger fahren. Ja, natürlich. Wenn es nach mir ging, könnten wir jetzt schon aufhören, ey. Ah, nee, das bringen wir jetzt. Gut, ich bin bei dem Rennentapier jetzt auch längst nicht so schlecht gelaufen, sondern letzten Rennentapier. Ja, Richtung Baum, weil es Subis... Oh, weil gut, mein letzter Nice-Rennentapier ist auch schon wieder ein bisschen länger her, glaube ich. Aber am letzten war ich, glaube ich, im Urlaub irgendwie. Kann sehr gut sein, ja. Oh, ein Überschlag ist auch geil. Ja. Damit ich mich resetten muss. Und nochmal. Ich habe keinen Bock mehr. Darf ich also F4 drücken? Nee, lieber nicht. Hörstütz, äh... Die ganze Zeit. Ist mir doch scheißegal. Ach, meine Fresse. Ich darf stehen. Ich drifte nur weg. Kicken. Ich bleib stehen. Ich versetze mich, ich fahre Dreh weg. Ich versetze mich, fahr wieder Dreh weg. Aber ich glaube, wenn es da prügelt, dass er die Karre so anpasst, dass die unfahrbar ist. Er ist froh, dass du weit genug wegwohnst. Ja gut, es muss ja auch, äh, sag schon, irgendwie hier passen von wegen, äh, dass das Wetter auch einen Einfluss hat. Ja, und wenn sich das mit dem... Ja, und wenn sich das mit dem... Ja, und wenn sich das mit dem... Ja, woher soll er jetzt wissen, dass, äh... Das war schlechtes Wetter und low gravity gleichzeitig bekommen. Und auf ihn wirken die Effekte ja auch so, ne? Ja, also wo ist der Dreh? Und da kommt eine Storys, diese Störgeräusche wieder. Äh... Haufte mal bitte mal ein Headset, dass diese... JA, TORMETER! TORMETER! Ich kann grad nichts machen, also... Vielleicht ja doch ein kann... Escape rücken und gucken, dass das eigentlich gerade festsitzt. Kauft jemand ein scheiß Headset, dass diese Störgeräusche nicht entlangt hat. Das Ding ist halt, äh... Früher hatte ich die doch auch nicht, was ist denn da passiert? Vielleicht irgendwas mit nem Kabel oder so. War wahrscheinlich. Weil gut, da muss man jetzt sagen, wenn ich ein USB-Headset hätte, ähm... Dann würde es jetzt dann wahrscheinlich gar nicht mehr gehen. Weil? Ja, weil das über Datenübertragung dann läuft. Aber wenn das Kabel kaputt ist, meinst du? Ja, genau. Also wenn du, ähm... Das Audiosignal überträgst, analog, dann, äh... Wenn Bruchsteile rüberkommen, dann, äh... Ja. Dann ist das ja immer noch zumindest irgendwie was da, aber, ähm... Bei digitaler ist halt entweder es geht oder es geht nicht, ne? Ja. Das ist ja genauso wie wenn man ein DHB-Radio hat, äh... Wenn du da schlechte Empfang hast, hast du gar keinen so... Ja, ja. Das stimmt wohl. Ich hab schon gebremst, bin gegen die Wand und habe mich weggedreht. Natürlich. Und es ist erst die 10. Runde. Ja, genau. Wow. Aber ich glaub, bei dem Rennen bin ich jetzt ganz froh, dass ich die Handschuhe hatte. Das würde sonst ganz schön auf den Finger gehen. Wie ich einfach bremse und trotzdem Baum berühre, ne? Unter die Leitstelle, obwohl ich bremse und blinke. Weil ich muss ja rutschen. Nein, 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 nein. Frank. Ja. Ja, bei dem Rennen hätte mich aber auch echt interessiert, wie Kirsche sich hier geschlagen hätte. Ob er besser oder schlechter gewesen wäre als ich. Ist ja nicht da. Ist ja. Boah. Du darfst auf jeden Fall beim Anfahren nicht Vollgas geben und beim Bremsen, also langsam wärst die Bremse etwas lösen. Quasi wie ohne Trinktionskontrolle und wie ohne ABS. Könnte sogar hilfreich sein hier, ja. Ist hilfreich, weil wenn sie so lange gerade ist und dann der Berg aufkommt, dann ist das dann hast du auch letztendlich mehr Bremskraft, wenn die Bremse langsam löst, wenn du langsamer wärst. Also wie ohne ABS quasi. Also gerade zur Tour-Life-Reste Simulation. Ja, genau. Exakt. Durch den Grip-Verhältnissen blockieren die Reifen natürlich eher auch beim Bremsen. Wenn du natürlich dann langsam bisschen blockieren die Reifen durch Vollbremse und wenn du dann eben Bremse löst, dann hast du wieder Bremskraft. Das hätte man wahrscheinlich mit Force-Feedback bei dem Rennen hier sogar gut bemerkt. Also hier ist jetzt glaube ich das erste Mal, wo ich in Life-2 Force-Feedback vermisse. Force-Feedback kenn ich nicht. Jedenfalls nicht hier. Ich glaube, Life-2 unterstützt doch gar kein Force-Feedback. Doch, tut das. Ja? Ja. Ich glaube, Dennis wird haben bestimmt, ne? Ja, hab ich. Ah, fuck, das war zu schnell. Und das ist hier auch richtig, wie ist Force-Feedback und nicht irgendwie nur Vibration oder sowas? Ja, ja, du stellst in der End-2-Setup extra ein, ob du Vibrationen für Game-Pits haben willst oder denk grad Force-Feedback und kannst du eine End-2-Setup einstellen. Weil hier wär, äh, also bei dem Rennen wär jetzt Force-Feedback, äh, gar nicht schlecht. Bei den anderen war's mir immer egal, aber... Ja, wobei du kannst es natürlich nicht so detailliert wie jetzt bei einem Dirt Rally, äh, vergleichen, ne? Ja gut, äh, das hat glaube ich auch keiner erwartet. Also zum einen, äh, der Arcade-Game und, äh, war dann auch... ...jetzt 20 Jahre älter, weil eben, also... Mein Gott, ist das aber stürmisch bei dir. Ja. Ja, das hat von jetzt auf echt so... ...und dann kam es raus schon wieder. Ja, vielleicht müsste ich das Headset, äh... ...müsste ich mal gucken, ob da ein neues Kabel reinmuss oder so. Also ich geh mal davon aus, dass es nicht an meinem, äh, äh... ...an meinem, äh, Audio-Port-Switcher liegt. Kann auch der, äh, der Mikrofon-Arm selber sein, wenn man den biegt, weil den kann man ja beim Headset auch immer biegen. Der kann natürlich auch einfach kaum. Das kann natürlich sein, weil ich sag's mal so, äh, ich hör den Sound ja, äh, den hör ich ja wie immer, ne? Das ist ja nur das Mikrofon im Arsch. Ja, weil diese biegsamen Mikrofone zerbrechen die Kabel relativ schnell. Was, was ja bei 2Mittes Headset aber sowieso recht weird ist, dass wenn... Äh! Oh, jetzt ist es mal nicht. Dass man ja oftmals Sachen über ihn hört. Wie zum Beispiel, kommt immer drauf an, wie empfindlich das plötzlich ist. Kommt es mal vor, dass man bei ihm plötzlich Musik hört. Die Sirene, die er immer wieder gezügelt hat, hat man auch über ihn gehört, zum Beispiel. Ah. Oder, oder, oder. Ja gut, das ist aber, glaub ich... Sein Headset ist sowieso weird. Ich glaub, das ist aber weniger das Headset dran schuld, als, äh, meine TS-Einstellung. Aua. Oh, die war geil, die Runde. 1,26. Ja, aber das dürfte, das dürfte doch nicht sein, wenn du über den Sound über Kopf hörst. Das ist einfach mal, wir, 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 trotzdem alles über Teams bekören, als würdest du über Lautsprecher oder whatever hören. Achso, ja gut, das, äh, kann natürlich sein. Ja, vielleicht ist das auch nicht gut genug gedämpft, keine Ahnung. Wobei, was halt scheiße ist, ist halt, äh, viele von den teureren Headsetts haben halt, äh, nur noch einen USB-Ausgang, ne? Ja, heutzutage ist halt sehr viel das Richtung USB. Siehe doch auch, Maus und Tastatur, was für ein Anschluss die damals waren und heutzutage hast du ja da auch USB. Das ist richtig. Aber wenn du es direkt an den PC anschließt, wäre es schon geiler, wenn du Soundkarte nutzen könntest du das schon mit dem Headset. Ja, und vor allem, wenn du einen USB-Ausgang hast und das Headset ist im Arsch, dann ist das auch im Arsch, da, äh, da kannst du ja nicht mehr viel machen, ne? Ja, aber wenn es, äh, wenn es, äh, wenn es, äh, das ist überschla... Aha, ja, ist schön, dass du die kurz anhattest. Ja, okay, jetzt hast du es gehört. Nee, aber wenn es jetzt, ähm, Dings hier ist, äh, wenn so ein, äh, Kring-PZ kaputt ist, dann tauscht das Kabel aus und, äh, dann geht es halt meistens wieder, ne? Ja, aber wenn du es halt austauschst. Ja, gut, von einem Baum zum anderen Baum fanden, wenn du natürlich sowas austauschen kannst, ne? Das ist halt auch immer so die Sache. Das ist nicht so schwer eigentlich, also... Wenn man Ahnung davon hat, bestimmt. Da brauchst du nicht so viel Ahnung von haben, du machst halt das Headset, strauchst da auf und, äh, ja. Und je nachdem, ob du da noch einen Anschluss hast, steckst du halt ein neues Ding ein Kabel rein oder, ähm, Nötest halt entsprechend die, äh, Kontakte, es sind ja nur vier. Beziehungsweise eigentlich nur eins, äh, weil... Ach, Mann. Es ist ja nur das Mikro dann im Arsch, meistens. Ja, ist okay, lass es doch aus. Es hört sich übrigens fast so an, als wär's nicht, äh, 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 als wären deine Kopfhörer, oder, äh, äh, beziehungsweise als wär dein Mikrofon auch wie ein Kopfhörer, fast. Aber witzig komisch, dass das vorhin nicht war, jetzt aber wieder schon. Weil, man hört die Serie, dieses, äh, Sirenen-Ding da, äh, nicht irgendwie hier weggekoppelt von irgendwie, sondern als würdest du es direkt halt über ein Soundboard halt abspielen, oder so. Ja. Auch scheiße, hätte ich den Unfall nicht gewonnen, was da ist. Aber du hättest nicht die Musik, du hättest nicht bei mir die Musik über dich, oder? Äh, nur die Sirene höre ich immer. Mach mal die Sirene einmal an. Ja, die hört sich, die hört sich so an, als würdest du die über ein Soundboard abspielen. Das ist, das ist ne clean... Hört sich erstaunlich, hört sich erstaunlich gut an für die Qualität, ne? Ja! Das klingt, wie als wär das ein Soundboard. Ja. Ah, Moment, äh, warte, ich glaub ich weiß woran das liegt. Ach komm, was für Sachen... Also ich will jetzt nicht raustappen, aber ich glaub ich kann mir denken woran das liegt. Ist aber witzigerweise nur das, ne? Oh Gott. Du hörst sonst nichts von ihm über ihn. Ja, Hoppe funktioniert, meine Fresse, ich muss die echt bestellen. Du hast keinen Motorsound, du hörst keinen Spielesound sonst, du hörst die Musik nicht. Ja gut, die Sirene ist ja auch etwas lauter, ne? Macht er die Sirene aber an, äh, hört sich das an, würde das über sein Soundboard auflassen. Ich muss nur auf fairer Weise sagen, der Sound ist extrem laut von dem Gerät. Ja, die hat ne lautere Sounderteile als das andere, also mich nervt halt auch immer, wie extrem äh... laut es im Verhältnis zu den ganzen anderen Krams ist. So laut wie die beiden oder 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 oder, ne? Reckensounds, die sind ja auch arschlaut. Wie, was für Sounds? Welche Reckensounds sind arschlaut? Reckensounds. Achso du meinst, wenn die drinnen, oder irgendwie sowas da am Strecken drin... Ja, alles voran die Vögel, ne? Adler, äu... Die haben so ein Scheiß, ja, ja, ja... Und die Eisenbahn bei Arizona, die geht auch gut ab. Die hörst du auch 3 km alt. Ne, also was tatsächlich sein könnte ist, äh... diese Soundeinstellung wird, dass der Stereo-Mix da bei den Eingabegeräten noch aktiv hat. man wirklich ich bin dass ich eben mal wieder beim einlenken die taste ja rein drücken dabei kotz mich an ich drehen und immer noch sechs und ich habe so verfolgen eigentlich du weißt doch dennis nummer regel ist die letzte muss immer mindestens 20 runden haben ist nur dann wird es recht damit man ja bloß zur tanke fährt ist so witzig wenn es an der strecke ist also wir haben zwar den tanke aber das war nicht kein schaden das ist dann halt glück und das war eine geile runde 1 24 ich komme langsam übung hier hier elf sekunden pro runde vorsprung was bei mir hier ist was mache ich so passiv falsch hartrack racing was war das dann läuft da jetzt gerade ja wenn du das nicht ich habe den ganzen berg hochgefahren warum fährst du den ganzen berg hoch weiß ich auch nicht irgendwie hat mein auto diesmal kraft gehabt wobei ich jetzt ehrlich gesagt habe ich weiß nicht ob ich das schon mal gespielt habe was hartrack racing also ich kenne es nicht ich auch nicht aber ich fange es auch nicht aber ich fange es auch nicht gut achso dann ist auch richtig schlecht also ich habe es tatsächlich noch nie gespielt ich auch nicht aber es könnte gut sein ich wollte da nicht reinrutschen auto warum wenn du einfach siehst dass er da reinrutscht weil du machen kannst was du willst ach fuck 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 zu ab jetzt hier ich kann das nicht ich will nie mehr der einzige ort den ich nicht mag ist der tunnel ist das denn hier der arme tunnel wie zahn ah der hat so doofe poren wow geil du Musik Jo. Oh Gott, ich fahr zu aggressiv gerade. Ich fahr zu dumm gerade, wie immer. E1-M5, nee, E6, ne? Nicht überschlagen! Ja, oder E3-M6. Da steht E1-M6. Ja, ist doch mehr mit zur Auerkomm. Was mach ich denn hier eigentlich für Bullshit mit dieser Wunder? Oh, fuck. Och, meine Fresse, wenn du siehst, dass du immer irgendwo gegenrutscht, weil die Karre rutscht, wie... Wie... Ich füge hier irgendwas ein. Hm. Jupp. Meine Fresse, wirklich diese dumme Scheißhupe, weil ich immer reindrücke beim Einlenken gerne mal. Oh, komm. Oh, komm. Ja, ob ich mich wieder überschlage... Nee, das ist nicht... Oh, das ist nicht nur so, das ist nicht nur Bullshit. Wandelnds... ...zleiden. ...zleiden. Ja, das war Bullshit. Kompletter Bullshit. Die letzte Runde... ...schade. Nicht überschlagen! Weiter geht's. Wollte ich leider zu viel. Ach Gott, das willende Berg kann man Vollgas so fahren. Was? Das hätte ich wissen sollen, dann hätte ich eine 1,20 fahren können, ohne Probleme. Ich wusste nicht, dass der Berg Vollgas geht. Das ist der Zweite? Ist auf das hier... Äh... Ja, genau! Ah, fuck. War ich zu schnell? Ja, der... Ja, ehrlich gesagt... Der Grasberg, da... Der... Der geht Vollgas. Vorher kommt sie rüber, hat sie gar nix. Ach, hör doch auf, mich irgendwo gegen zu hängen, jedes Mal. Ja, gut. Ich dachte, ich schaffe es noch, aber leider wollte die Karre irgendwo kleben bleiben. Ey, ich brech mir mal in meinen Genick, so fahr ich auch. Ja, komm schon! Bullshit, einfach alles. Boah, hätte ich das gewusst, dass man den Vollgas fahren könnte? Ey, so groß. Da hab ich mich das erste Mal überschlagen zum Thema Vollgas, ne? Nenn doch mal so am Rande. Also bei dem Rasenbärchen... Oh, da... Ja, wenn man den... Oh ja, die kannst du sehr gut Vollgas sogar nehmen. Keine Ahnung! Nö, von ihr! Wenn du wirklich richtig abhebst, dass du wirklich die Straße verlässt, dann schafft der Wagen das bei der Auflandung. Das hätte ich wissen müssen. Ja, das hab ich auch eben ausprobiert, dass es geht. Hm... Ich glaub, ich brauch... Jemand, der gerne Rennspieler spielt, braucht A-Training. Boah, wenn ich das gewusst hätte, wäre der locker eine 1,20 geworden. Hätte ich das gewusst hätte. A-Training, was auch. Danke! So. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017